Liebe Bundesbürger, wenn Sie etwas über Dunkeldeutschland, Sachsen und Chemnitz und speziell über unsere Chemnitzer Proteste hören wollen, dann würde ich ganz kurz dazu etwas berichten. Und zwar, es wurde sehr fair über uns berichtet im Kompakt-Magazin. Hier sehen Sie das. Speziell mit dem Artikel die Helden von Karl-Marx-Stadt über den Rechtsanwalt Kohlmann, über Winfried Wenzel, über mich von allen Chemnitzer Bürgern, die damals mit dem Protest schon im September-Oktober 89 in der DDR zu tun hatten, mit dem Neuen Forum und mit unseren Demonstrationen am Karl-Marx-Monument, unter anderem auch mit unserem Singen des Liedes, Unsere Heimat, mit dem Kai von Wir für Deutschland und mir. Das sind nicht nur die Städte und Dörfer. Unsere Heimat sind auch all die Bäume im Wald. Unsere Heimat ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld und die Vögel in der Luft und die Tiere der Herde. Und die Fische im Fluss sind die Heimat. Und wir lieben die Heimat, die Schöne. Und wir schützen sie, weil sie dem Volke gehören. So, das ist ein kleiner Überblick aus Chemnitz. Information für unsere Bundesbürger aus, kommt aus Deutschland, Dunke-Deutschland und Sachsen. Herzliche Grüße.